Den Disstrack-Teaser. Ah, darauf reagieren wir erstmal. Disstrack gegen äh... Re... Oh, die Windzeit. Teaser. Äh, oh, oh. Oh, oh. Alter, Luca und Lea, danke schön für eure Gifted. Scheiße, Leute. Wollen wir kurz reingucken? Oh nein, Digga, jetzt wird's super unangenehm. Level 2 High-Train, mach den vor, ansonsten mach ich meinen Stream wieder aus. Cheerio! Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-p Moment mal ganz kurz Moment Da fällt mir doch glatt was ein, Leute Ist es nicht? Eins zu eins Dasselbe Chilliger Synthesizer Wirklich chillig Digga Tim bist so reich Oh Wir haben VHS Wir haben VHS Camps Also ist ein sehr stark Sag mal Digga Komm mal her Sag mal willst du mich Willst du mich verarschen? Willst du mich ver... Sag mal Akani Was machst du da im Video? Hallo? Akani Guck jetzt nicht... Hey Guck jetzt nicht weg Was machst du... Was machst du... Akani Rede mit mir Was machst du da im Video? Akani antworte mir Antworte mir Digga also Das ist ja wohl... Das ist ja wohl die Frechheit schlechthin Die haben meinen Hund entführt Die haben wirklich meinen Hund entführt Du gehst jeden Tag ins Fitnessstudio Doch man sieht leider nichts Ich bin Tim Ich habe Wichse im Gesicht Ja chillig Bro D-King Lad's direkt hoch hier Komm Komm 12 Uhr Da schauen wir rein Da schauen wir rein Leute Ach Mensch Ach Mensch Akani ist aber sehr unglücklich über die Situation Ja Akani ist sehr unglücklich Leute Tierquälerei Digga Last Ja was soll ich sagen Akani geht es gut Ich wusste auch dass Akani da ist Weil die Leute vom Bootshaus Die haben mir erzählt Was abgeht Grüße geht raus Ein Gewitter im Kopf Dazu gibt es meine Reaktion morgen zu sehen Ich habe den Diss Track Eigentlich hätte ich ihn vorher erhalten sollen Habe ich nicht Äh Ja gut Und das ist schade Deshalb hoffe ich Dass ich ihn noch nach dem Stream bekomme Damit ich meine Reaktion morgen Möglich früh hochladen kann